Ich will mein Geld zurück. Das Geld, das ihr mir gestohlen habt. 160 Millionen Dollar plus Zinsen. Und ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der hinter Ocean's Elf her ist. Wir brauchen einen Job. Und zwar einen hochbezahlten. Um in diesem Land zu arbeiten, sind wir noch zu heiß. Wo gehen wir dann hin? Du spälst an unserem Hochzeitstag ein Objekt aus? Tess. Und Sie sind Mr. Diaz. Miguel Diaz. Wie war Ihr Name? Greg. Greg. Sagen Sie doch bitte, gibt es bei Ihrer Bank auch Schließfächer? Hör zu. Geheimiskämerei ist nicht meine Art. Aber ich kann nicht drüber reden und ich kann dir auch nicht sagen, wieso. Uh. Ich würde diesmal gerne eine etwas zentralere Rolle spielen. Ich verstehe nicht, was da drin war. Was habe ich gesagt? Wenn ich dich das nächste Mal sehe, verhafte ich dich. Du meinst, sieh es? Dann tu mir gefallen und... Ich will alles zurück. Okay, ich habe nämlich ein ganzes Netzwerk und... Ja, lass aus meinem Wagen. Danke. Wie geht's dir? Alles okay? Ach, hervorragend. Für jemand, der tot ist. Schön. Du hast mir erzählt, er hätte uns Ocean's Elf genannt. Wessen Entscheidung war das? Gute Frage. Ich arbeite auf eigene Rechnung. Du musst diesmal eine kleine Nebenrolle übernehmen. Eine Nebenrolle? Und wen soll ich spielen? Na ja... Was stehlen wir? ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017